Musik 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 Hallo und herzlich willkommen zu einem Gameplay von The Forest. Das ist mein erstes Gameplay, das ich alleine mache, ohne Peter. Und ja, dann das hier ist meine Base. Dann werden wir hier mal Bäume fällen und diese Häuser und Wände fertig bauen. So, da fangen wir mal an Bäume zu fällen. Ey. Hä? La. Jetzt. So, schon besser. Hm. Hä? Okay. Ja, das wird heute ein bisschen lange dauern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schneiden soll, bis ich ein bisschen gefällt habe oder ob ich so weitermache. Aber ich glaube, ich mache es so weiter. Hä? Ja. Kommt, glaube ich, besser rüber auch. Und ja. Ich drücke hier wie ein Behindert auf die Taste der Maus. Ey. Essen. Ähm. Okay. Sehr viele Bäume brauchen wir. Fälschte richtig? Wie? Ja. Zum Glück. Die Seevögel. Einfach mitten im Wald. Schön Vogelgezwitscher. Macht mich ein bisschen froh und munter. Ja. Motiviert mich. Ich finde es richtig schön, dieses Game. Okay. Äh, ja. Soviel zu den Bugs von diesem Game. Ich freue mich mal, wenn die V0050 rauskommt oder so. Ich habe Eingeborene gehört. Schnell abhauen, abhauen. Ich hasse diese Eingeborene. Hä? Alter. Ähm, hier hat es keine Bäume. Ich hoffe, das hält diese Eingeborenen ab hier. Was ist denn jetzt? Hä? Ich hatte hier beim letzten Mal eine Laterne. Oder so eine, so eine, so ein Ding da hingebaut, das leuchtet. Oh, das sieht aus wie auf dem Schlachtfeld. Haha, Alter. Müssen wir mal kurz was essen gehen. So. Hä? Ja, schöne Aussicht. Richtig gemütlich. Kann man hier eigentlich ein Dach rüber bauen oder so? Wäre noch cool. Nö, ich glaube nicht. Hä? So, da haben wir wieder Energie. Und weiter geht's. Jetzt hier unten auch noch Baumstimme. Ja. Oh, ne. Alter, wie mich das jetzt erschreckt hat. Hä? Ja, noch irgendwo ein Baumstamm rum. Hä? Ich habe Angst, dass diese Eingeborenen hier herkommen. Ich hoffe, wir werden das leben. Viel hin und her laufen. Vielleicht bekommt der dann mal Konditionen oder so. Das wäre mal gut. Weil der ist so schnell am Arsch. Nur noch 226 Baumstämme und dann ist alles gut. Das ist eine schöne Lichtung geworden. Also. So. War das jetzt ja Wind? Nee. Ich höre hier ständig Eingeborene. Oh, das macht mir Angst. So. Dann haben wir mal hier die Wand fertig. Ey. Ey. Lasschwede. Oh, muss das jetzt auch noch Regen? Ey. Hier regnet's. viel mehr wie hier hinten. Äh. Na egal. Es wäre schön, wenn diese Bäume hier wieder mal nachwachsen würden. Dann müssen wir nicht so weit nach vorne. Ich habe Angst, dass diese Eingeborene uns schnappen und uns töten. Es wäre richtig blöd oder gefangen halten. Nein. So weit nach vorne. Hey, die sind hier irgendwo in der Nähe. Ich hoffe weit genug weg, um den Spielstand zu speichern. So weit nach vorne. Hoffentlich. Juhu. So. Perfekt. Ein neuer Morgen. Ein neuer Morgen. Ein neuer Morgen. Ein neuer Tag. Der bricht jetzt an. Oder ist schon in der Höhle. Hoffentlich sind jetzt die Eingeborenen. Weit, 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 weit weg. Ich hasse das. Manchmal hört es sich an, als wären die Eingeborenen direkt vor... ...hä. Hä? Wieso sind jetzt hier irgendwie drei, vier Baumschelme runtergefallen? Oh, kackt mich jetzt an. Kann man ja immer noch holen. Das Essen läuft hier überall rum. Wieso? Wieso? Ja. Ja. Das ist so. So. Und das ist das. Okay, ich schaue mal, komm, ich gehe die Eingeborenen. Das ist das hier. Das ist das hier. Ich habe den schon mal kaputt, ich habe das hier. ... ... ... ... dann noch fehlt einer nur noch 210 Baumstämme nur hier irgendwo sind jetzt die eingeborenen essen und dieser wind ich hasse den hier macht mir angst jetzt setzen wir hier auch noch ein paar Wände so hier wo sind diese ich hätte das auch ständig dass dieses oder wie das heißt oder wie das auch immer geht da andere Seite bleibt doch mal so hey aller schwere das kackt mich jetzt an weil dieses scheiß ding hier nicht herangeht hallo blöde blöde hey rotate warte 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 so so wie wie die wie die v so e bravo du hast es gecheckt blöde wand und komm jetzt nur noch da rüber perfekt na auch noch einen schönen Unterschlupf na und hier rein machen wir ein Feuer hier so e perfekt was ja das war auch schon mein gameplay von the forest ich hoffe es hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat dann abonniert uns doch wir würden uns sehr sehr freuen liked auch dieses video wenn ihr wollt und ja dann sehen wir uns in der nächsten folge von the forest tschüss